Allah ist also nicht der liebe, nette und barmherzige Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden, wie der Gott der Bibel, sondern Allah will den Tod aller Nicht-Moslems. Er will sie weder recht leiten noch retten, sondern in die Irre führen und mit ihnen die Hölle füllen. Denn Allah leitet die ungläubigen Frevler nicht recht, wie es zum Beispiel in Surah 5, Vers 51 und Surah 9, Vers 24 heißt. Und er will die Hölle mit Menschen allesamt füllen, wie es in Surah 11, Vers 119 heißt.